Hier ist der Spielplatz für die Kleinen, der Wippe, der Schaukel und der Kletterwand. Direkt mit Blick aufs Meer ist eigentlich schön. Und Matthias, wie gefällt der Kinderclub? Mir gefällt der Kinderclub sehr gut. Ich finde wirklich, hier ist für jeden was geboten. Ob für Kinder von 3 bis 6 Jahren oder Teenager oder für die Maxis, wie sie hier im Club genannt werden, die dann von 7 bis 16 Jahren mit dabei sind. Also es ist wirklich ganz, ganz toll. Es sind verschiedene Rutschen, auch für jede Altersklasse da. Also ich finde wirklich, der Club ist einfach nur zu empfehlen. Und das wirklich für Jung bis Uralt und wirklich vom Baby, Kleinkind bis zu Partyfreunden.